Hösters Konstantino! Ja, wer ist das? Das ist Jeremy, okay. Dann steht Hösters Konstantino. Ja, let's go! Sind die Biozahlen hochgegangen? Was? Sind die Biozahlen hochgegangen? Ja, ja, so neun Mann sind wir, glaub ich. Jetzt sind wir gerade acht. Dann ist einer gegangen von deinen Freunden. Okay, das ist auch nicht mehr so hype, wenn du nicht mehr drin bist. Aber ich glaub, danach bin ich dran, ne? Im Wunders Finals. Cool, was für ein mit Definite Limite-Proper-Gamer-Technik? Wer? Zu dir? Ja, das ist gut. Das ist ein Extrembruder. Du wirst ein Brand mittlerweile sind. Ja, schon. Einfach der nächste King. Du musst erstmal krass werden, und dann retiren, und dann darfst du jeden Namen immer wechseln. So wie Dennis und ich. Und Maxi auch. Du wirst mal unsere Namen einfach ankommen. Aber erstmal muss man aufhören. Aber auch nur so halb. Ja, aber ganz ehrlich. Aber ich hoffe, ihr wollt's auch gehen. Ich hoffe, Heiki, dass Dennis und Judas Finals kommt, weil ich glaub, ich verliere gegen beide Füchse heute. Das wird nichts. Oh, schön. Team Yasmin. Junge Augenblick. So will man das. Das ist ja hier Prenzelbeck. Schön, das ist das Prenzelbeck Ditto. Ja. Aber es ist vor allem also... Prenzelbeck sehr cool. Aber ich bin immer noch Team Yasmin. Ich hoffe, der fucking da ist. Oh! Oh ja! Oh ja! Wissen die erst seit jetzt, dass du spielst, oder was? Warum sind die das erste Mal dabei? Äh, ein Fahrrad ist toll dabei. Ach so. Warte, irgendwie hatten alle Lust. Wir können ja auch mal spielen. Oh mein Gott! Was war das, Alter? Das war extrem weird. Oh, der hat wehgetan. Der hat noch wehgetan. Oh, Dennis! Oh! Oh mein Gott, Dennis! Oh! Oh mein Gott, Dennis! Alter, was... So schön! Oh mein Gott, ey, das... Der ganze Stock war komplett verrückt. Einfach... Einmal über die Stage gefliegt. Also das Beste wäre noch, werden Geldmann anstatt jeden Eurozeichen. Geh, Alter! Wäre das nicht ein bisschen zu much? Oh! Oh nein! 68, Alter! Uff! Der tut weh. Den kompletten habe ich seit Jahren nicht gesehen. Ja, ne? Oh! Er hat mal umgedreht. Er hat mal umgedreht. Oh mein Gott. Nicht nach unten halt. Nicht nach unten halt. Das ist eine ganz schlechte Idee, Leute. Meine Damen und Herren. Warte schon! Oh! Oh! Das war ausgesehen! Das war auf jeden Fall ausgesehen! Das war auf jeden Fall ausgesehen! Wie war er denn? Oder das? Ich glaub... Der wollte... Der wollte F-Smash. Ich glaub, er wollte... Ich glaub, er wollte... Ich glaub, er wollte... Double Jump land. Das ist alles sehr, sehr komisch und fair. Double Jump F-Smash, oder? Ja, dann Double Jump cancel und dann Green Grab. Ach so! Das macht er halt... Boah! Und diese Down-Heat. Der Toad war's von sich. Der einmal am Wochenende Toad. Jetzt geht er nicht mehr. Oh! Okay! Er ist irgendwie ein bisschen greeny, aber... So kennt man ihn. Er will immerhin das Geld. Oh nein! Wisst ihr, was ich grad realisiert hab? Ich glaub, Geld hier ist FDP-Wähler. Hahaha! Oh no! Deswegen ist Konziki Dennis! Ja! Deswegen ist Dennis grad so richtig... Ja, ja, weil er sauer ist, Alter! Oh! Tuf kommt mit den Sub! Herzlichen Glück und Schankaron für den Zufall als Sub! Arthur, du hast einen Sub bekommen! Ich? Ja! Let's go! Let's go! Free money! Vielen Dank für den Sub, Tufcap21! Alter, der giftet immer! Oh mein Gott! Echt, oder? Ja, der... Das ist von Dennis Shett und der giftet da auch immer vom Sub oder so. Geil, oder? Und dann sagt er mal tschüss! Willkommen im Chat! Nein! Oh, okay, warte mal! Come for the gift Sub, stay for the manager! Oh! Ey, Dennis, das war crazy, was Dennis da probiert hat! Ja, ne? Deswegen ist... Oh! Deswegen ist Geld, Mann, schwarz-weiß gekleidet! Was? Achso! Wegen FDP-Wahl! Was? Oh, was? Oh, sch- Oh mein Gott! Wieso mach ich alle so schmutzige Shines Bikes? Was los mit euch? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, die Venue ist in Charlottenburg. Haram Wolln 9 sagt die Venue ist in Charlottenburg, oder? Ist das okay wenn wir uns doxen? Ne, das steht auch dann. Die venue ist in Charlottenburg. Ja. Das steht auch bei... Jährigenstraße 26, komm vorbei. Das steht da sogar links unten. Nachbarschaftszentrum diva. Das steht sogar im Bracket drin, beim Smashy G. Wir sind komplett gedockst. Naja, vor allem das steht im Smashy G drin. Oh mein Gott. Das steht vor allem aber auch auf dem Streamer. Also er hätt nicht mal fragen müssen. Die ist auch wirklich klein. Dennis hat sichtlich die... Cengos gewählt. Oh, noch was hat er! Oh! Er wollte den Toad werfen. Er wollte den Toad werfen. Er wollte den Toad werfen. Was soll ich, oder? Ich weiß nicht. Ein Siegerbier, komm schon. Oh! 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 Wenn Dennis das verliebt, muss ich mich gegen welche Fox Mains behaupten, Alter. Gar keinem. Oh! Den Dennis! Oh mein Gott. Das war insane. Das war... Wahrscheinlich nicht absichtlich, aber... Es war insane. Ne, das war absichtlich natürlich. Es war ganz sicher. Oh, ein Saturn-Mobli! Ah! Ah, der war schon Startup. Schön! Es war kalt? Ah, schwein. Ah, schwein. Jaaaan! Jaaaan! Geist nicht hin. Schön! Schön! Und das war's. Ach, was war's? Jaaaan! Okay, kriegt er jetzt ein bisschen Damage noch? Schon knapp. Ich wollte gerade sagen, jetzt bist du zu greedy damit, aber es scheint ganz gut zu klappen. Oh. Oh, schön. Schön, aber du waved das back down. Oh, schau. Kurz davor gewesen, als du schiefdrammen, dass das geklappt hätte, aber das ist okay. Viel, viel Schaden gemacht. Hier musst du echt bis an den Arm hängen. Oh, schön. Oh, mein. Insane. Oh, schau. Oh, nein. Das hat... Ja, okay. Das war gefährlich auf jeden Fall, aber ich schieße von Dennis. Oh. Er zieht so viel Damage ab. Ja. Schön. Oh. Oh, ein böse Littesch. Oh, schön, schön. Das war so schnell. Ja, toll. Ja. Aber der ist so gut. In einem Stock hat er zwei Stitches, einen Satin und einen Lightsaber gezogen. Ja, von dir hat er nichts gezogen. Nichts? Hat er schon aufgezogen. Doch, der hat einen Saturn. Schon einen Saturn. Aber der Saturn ist auch... Fünfter, oder? Wenn ich hier raus fliege. Wenn ich hier raus fliege, bin ich Fünfter, oder? Sind ja nur die beiden Buster und die beiden. Ah ja, stimmt. Warst du ein Winners? Nee, oder? Doch. Winners ist Fünfters. Ne, Losers Quartas ist... Fünfters. Bei 3-7. Hab hier gegen Banane gewonnen vorher noch. Fünfter, guck mal ob du Geld kriegst. Die Season halt erst die selber um dich. Nee. Oh no! Naja, nee. Darum geht's... Kein Homies Dog, kein Hudson Dog. Wir sind hier... Hier geht's um alles. Hier geht's vor allem darum, dass ich dich nochmal gegen den Fox spielen muss heute. Oh. So auch kurz davor, dass der... Aber so wie Dennis gerade spielt, so ist auch... Dennis spielt den 10. Aber ich... Hätte auch einfach keine Lust... Ich hab keine Lust gegen den Fox zu spielen. Ja, aber Dennis ist halt auch immer so... Gegen den, ich glaub so... Na ja, ja. Aber ich möchte... Ich bin so Frauen für den Fall ein bisschen... Ich glaube das... Ich glaube das... Ich würde mir halt gegen den Geldjungen und Maxi schon über den... Ja... Dennis ist halt auch immer so... Wenn er einmal so richtig verjagert ist, dann kann er gar nicht mehr spielen. Ja, ja. Man kann... Im Moment richtig schnell gehen. Man kann ihn gut... Oh mein Gott! Man kann ihn so brechen, wenn er sein... Oh! 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 Oh mein Gott! Was geschieht? Ja, Van Engel! Oh mein Gott! Was? So viele Downsmashes! Nice! Diese Downsmashes sind genau was... Vater ist ein Downsmash-Deal-Hits oder? Diese Downsmashes sind genau was mit der Wirtschaft passiert, wenn wir die FTP regieren lassen. Das reicht! Kannst du elaborieren? Nein! Wie viel ist es zu elaborieren? Was? Wie viel ist es zu elaborieren? Was gibt es für eine bessere Alternative als mit FTP und was? Hobi Stopp! Was? Achso! Ja komm! Wir machen jetzt kein Polit-Kommentary! Neu-Wahl! 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 gebracht oder so. Hast du dir eine Ballwerbung? Ja. Die haben Ballwerbung mit Wiking gemacht. Oh! Ist vorbei. Oh mein Gott. Dennis hat gewonnen. Du spielst.